Musik Juhuhuhuhuhu Men, 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 men Hey Onkel Charlie, hat mal wirklich Haare was? Hmm, wie würdest du ne mal? Ich esse ja weiter. Siehst du hier, ich krieg nen Schnurrbart. Oh ja, sieh mal einer an. Hey, cooler Hut, wen gehört der? Danke. Ja, der passt auch zu deinem Schnurrband. Also, mir ist gerade eben was aufgefahren. Ich fühle mich schuldig, weil du mit Mia die Hochzeit abgesagt hast. Ja, und? Bei deinem Ganzen, ich will nicht, dass mein Bruder auf der Straße sitzt bei deinem Geschwaff. Eine bekommene Ausrede für dich war, um Mia nicht zu heiraten. Das denkst du also, ha? Ja, das denk ich. Gibst du, Charlie, ich hab mir umsonst die Mühe gemacht, Torte und Hut zu kaufen. Wir haben Torte? Wir hatten... Börter hat sie aufgefressen. Tschau! Bio-Karmale